Als ich den ersten Tag angefangen habe, bin ich jetzt momentan auf der Freileitung. Als ich zur Firma kam, bin ich dort in Städtlen und sagen sie so, schau mal einen neuen alten Stift. Ich bin Geri, Marco und meine Rolle war momentan bei den Lehrlingen. Ich lerne viele neue Sachen. Ich habe mich entschieden, die Lehre zu machen, weil ich ein Ziel vor Augen habe, das ich gerne erreichen möchte. Ohne Ausbildung wird das halt schwierig momentan in der Schweiz. Ich habe eine A-Lehrung für K-Plexo 2005. Und ja, das ist halt nicht ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, sondern nur ein Attest. Ja, meine Partner haben gerade zuerst einmal gelacht. Ich fand, sie unterstützen mich voll, alle. Sie sind voll dahinter. Und das hilft einem auch extrem, dass die Familie, die Partner hat, dahintersteht und mir hilft. Und sie sind eigentlich alle motiviert. Sie sagen auch immer, man muss nie zahlen, um die Lehre zu machen. Ja, dass man viel draussen ist. Ich bin gerne von aussen und ein gutes Team haben. Mit jedem komme ich klar. Und die Arbeit macht mir einfach auch Spass. Ich habe Netzelektriker darum, weil es eben die drei Unterstufen gibt. Telekommunikation, Fahrleitungsbau und Energie. Und da habe ich schon so lange bei K-Plex gearbeitet. Und wenn wir Telekommunikationsfirma sind, möchte ich einfach den Netzelektriker abschliessen. Schwerpunkt Telekommunikation. Wir sind schweizweit vernetzt. Gute Teams und gute Vorgesetzte, die zu einem schauen. Wir sind nicht für unsere Vorolw hayat, oder? Hier liegtится für eine Sache bin. Wir blicken interesse noch so lange beiouthatoren. Wir sindлично. Vielen Dank.